So, und da sind wir auch schon zurück zu The Hunter Call of the Wild. Ach, guck mal, da gibt es ja noch mehr, Leighton Lake District, kann man auch machen, okay, oh Gott, da gibt es ja noch mehr, okay, wir lassen mal hier weiter, so, genau, also, wir haben noch viel vor, jetzt gehen wir erstmal schlafen, weil diese blöden Viecher, die sind ja, ne, es geht nicht, so ein Mist, dann halt nicht, so, was davon, okay, wo müssen wir nochmal hin, hier hin, genau, ja, dann laufen wir nochmal darunter, hier lang, Ja, das machen wir Nein, das nicht, ne, auch nicht So Jetzt laufen wir erstmal hier entlang Schon wieder spät hier Das heißt dann wahrscheinlich, äh, Rotfuchs, Rotfuchs, Rotfuchs Okay, dann mal gucken vielleicht Da wischen wir ja was Wieder sehen wir ihn ja Von da oben Was ist das eigentlich hier für ein Weg? Läuft da hinten was? Ne, da läuft gar nichts Äh, wenn ich hier rumlaufe, was ist dann? Ja, wir können ja mal hier rumlaufen, mal gucken, was da ist Bei diesen Fragezeichen Dingsbums Und da ist auch was Können ja mal ein bisschen die Fragezeichen abklappern Das können wir ja machen Mal was anderes machen Und dann ein bisschen hier Geld sammeln Und dann können wir das andere Zeug machen Ja, ne Muss spuren Interessiert mich aber nicht Irgendwann kommt der Moment, wo mich irgendwas angreift Irgendwann Ich sehe es schon kommen So, jetzt laufen wir erstmal hier lang Schön am Weg bleiben Da drin ist auch irgendwas Naja, Darmhirsch Nene, wir bleiben schön am Weg Nicht wieder vom Weg abkommen No, no So, hier haben wir was zum Hochsitz wieder Brauchen wir aber nicht Also jetzt jedenfalls nicht So, dann müssen wir nach rechts rum Was ist denn eigentlich links? Nichts, okay Also rechts Können wir uns jetzt auch angucken? Nö Kann man nicht Auch recht Naja, und falls uns ein Tier da entgegenkommt Oder so Dann Katscha Boom Ihr wisst schon Ha, es regnet Natürlich Und ich habe keinen Regenschirm dabei Ich freue mich jetzt schon, wenn es dunkel wird Jetzt werden die Wege nass Geht aber schnell Ja, da sieht man es schön Die Tropfen Schön im Wasser drin So, jetzt gucken wir mal Da unten Das sind auch noch ein Haufen Fragezeichen Außenposten ist hier Oh Hier ist auch ein Außenposten Hm Wollen wir da Ach komm, wir gehen runter Wir erkunden jetzt mal Das ganze Ding hier Was soll's Ist doch auch mal schön, oder? So Einfach mal ein bisschen erkunden Mal gucken, was dann alles kommt Ich glaube dann jetzt mal ein bisschen Ein paar Fragezeichen ab Ein paar Außenposten Damit wir die auch haben Was ist das für ein Gebelle da hinten Da Da lief was Ach du Scheiße Wildschweine Ja, ja, ja Ich will den Wildschweinbraten Nein, das glaube ich jetzt nicht Ich habe Wildschweine gesehen Das ist ja geil Okay, wir laufen langsam Dahin Wildschwein, okay Boy Habe ich hier mal Wildschweine gesehen Das ist ja geil Warte mal Ich will mich nicht riechen Nein Ich renne mal ein bisschen Schon mal interessant Dass man die gesehen haben Jetzt Ich muss eh ein langlaufen Also was soll's Da, da, da Der war doch gerade da Das ist ja gerade Das ist ja gerade da Ein langlaufen Hä? Okay, wir laufen nur Der ist doch hier Hier hat lang Oder? Alter Ja gut Ich kann sich wieder Das ganze Ding hier folgen Was sonst Haben wir die Arschkalle Ja, ist ja auch blöd Aber jetzt wissen wir schon mal Dass sie da hinten sind Die Viecher Wichter richtig jetzt? Ja Da hinten, oder? Ja Da Habe ich jetzt irgendwas erwischt? Nee, ne Nee Ich glaube, das lassen wir lieber mal Das geht nicht gut aus Warte mal Achso, die laufen jetzt dahin Wo ich auch bin Naja, schauen wir Da hinten ist ein Rotbuchs Auch noch Mein Gott Wildschwein Ich hab dich schon gehört Du baust dich nicht hier da Da aufmucken Ruhe Warte mal Vielleicht erwischen Wenn du jetzt auch noch Darüber rennst Dann wäre ich narrisch Dann wäre ich verrückt Was ist das da eigentlich für ein Haus? Was ist das da? Hat so ein Haus oder was? Da ist aber nichts Weiter 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 Immer weiter Da ist doch nix Wo? Hä? Warte mal Brauchst du ein Glas Hier Gucken wir mal Ob wir den erwischen Da ist er Nicht dein Ernst Jetzt ist er weg Oh nö Da gehe ich jetzt nicht hin Bin ich bekloppt Habe ich auch nicht erwischt Bestimmt Das wäre Halt deinen Mund Was will der jetzt? Dauernd Kommt jetzt wieder Oder was? Mach mich nicht verrückt Wo? Hä? Verstehe ich nicht Egal Wir lassen sich mit davon beirren Mensch Hier ist mal Das laufen wir weiter Das sind auch wieder Spuren Wenn der jetzt wieder schreit Ist mir scheißegal jetzt Ich kann von mir schreien wie er will Interessiert mich nicht mehr Ich würde zu dem Ding Zu den Fragen zeigen Ich brauche Punkte Hier ist auch noch ein riesen Feld Gott, oh Gott Eine Menge Dammhirsch Gibt es hier auch Also die Map ist echt groß Muss ich sagen Wie ist der Wahnsinn So Jetzt laufen wir uns mal hier runter Und dann gucken wir mal Was sind das für Spuren hier? Wieder Wildschwein Kann es sein, dass hier die Wildschwein Gegend ist? Die Wildschwein Fuchs Gegend Jetzt müssen wir mal aufpassen Bei den nächsten Strichen müssen wir reinlaufen Da kommt das erste Fragezeichen Wo ist denn der Weg? Irgendwo hier drinnen Jetzt muss hier sein Geh mal rein Was soll der Weg sein? Ach hier, da Der kleine Weg Okay Und dann einfach wieder rauslaufen Auf den Hauptweg Meine Fresse Was war das? Ist das vor mir oder was? Ich nehme gleich die Knarre in die Hand Ich habe Angst Komm schon Der liegt doch irgendwo, oder? Ich würde es gar nicht wissen Ich würde es nicht wissen Hier ist irgendwas Bedürfnisgebiet Halleluja Okay Aber ob ich das sehen will Weiß ich nicht Ich will hier nicht, dass irgendwas hier mich angreift So, was haben wir hier? Ach, mein Unterstand Mein Gott So ein Scheiß Okay Dann gehen wir wieder Auf den Hauptweg Wo sie dann auch noch durchlaufen Äh, hä? Achso, da kann ich ja gleich Ah, okay Dann laufen wir gleich so Kommen wir zum nächsten Gut, was war das? Bitte kein Wildschwein Bitte nicht Aber wir haben schon mal ein Bedürfnisgebiet gefunden Sehe ich schon mal gut So, hier ist nochmal was Bestimmt auch wieder nur Unterstand oder so was Unterstand oder so was Oder ein Hochsitz oder wie es heißt Äh, oder? Ja Nee, das ist was anderes Was ist das denn? Was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Okay, dann laufen wir jetzt geradeaus Jetzt gucken wir mal, ob wir eine Fertigkeit haben Nein Nix gibt's Aber es gibt eine nächste Folge Und die kommt jetzt dann Weil jetzt ist diese Folge zu Ende Also, dann bis zum nächsten Mal bei Und dann laufen wir da weiter Bis dann Tschüss 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 Tschüss